So meine Freunde, willkommen zurück hier bei Let's Play The Evil Within. Und wieso ist überall diese komische hässliche Puppe? Ja, wir sind in der letzten Folge im neuen Kapitel angekommen, nachdem wir uns mit irgendeinem komischen geisterroten Geisterwolkenmonster geprügelt haben. Naja, nicht direkt mit dem, mehr so mit seinen Auswirkungen. Und hängen jetzt hier im Keller vom Anwesen so ein bisschen rum, ja? Ich finde Keller nicht gerade so sympathisch. Also ich mag Keller gar nicht. What the fuck? Sag ich ja. Wir kommen da nicht rein. Oh, da ist... Scheiße, wie komme ich da rein, das dicke Kniebe? Nein. Ich habe da jetzt keine Kettensäge gehört, oder? Hätte ich schneller sein müssen? Scheiße. Tja. Nix mit große Kanulle, glühenden Glibbe. Grünen Glibbe. Ach, ist nur ein Speicherpunkt. Oh! Loll! Oh mein Gott! Puh! Wer war das? Oh, hallo Oma! Alter! Ich hab zugehauen, du blöde Schabracke! Hier, frisst das! Alter! Ich würde auch schreien, wenn ich so hässlich wäre. Alter, wer schießt denn da? Oh! Der schießt wirklich... Oh! Das war knapp! So mein Freund, jetzt reicht's. Soll ich das Sniper raus? Was? Jetzt muss ich bloß noch rausfinden, von wo er schießt. Scheiße, wo ist der? Da oben! Wichse! Der lebt ja noch! So! Es klebt ein Blut an der Wand. Ah, und hier kommen wir nicht durch. Naja, komm! Jetzt habe ich so langsam den... Langsam den Dreh raus mit den Dingen, ne? Jedes Mal wird's nicht klappen, glaube ich. Man muss ja mal so ganz kurz bevor das Ding in diesem blauen Kreis ist, muss man drücken. Hä? Wo muss ich denn hier eigentlich lang? Achso, bestimmt. LOL! Oh! Tja, wärst du mal liegen geblieben, Junge? Oh! Tja, wärst du mal liegen geblieben, Junge? Doch haben wir ein bisschen Gliebär... Alter! Ich wollte gerade entschärfen! Scheiße! Ich wollte gerade entschärfen! Schleichen, du kannst... Ja, ach, das weiß ich schon! Wieso hat die Flasche den da nicht getroffen, Junge? Ich wollte den... Ja... Ich hatte ne scheiß Maske auf dem Kopf! Ja, komm! Wie so... Alter! Wo soll ich denn... Nimm mir jetzt... Kritisch... Ja, komm! Fick dich doch! Oh, Alter! Hier! Ah, dieses Spiel, ne? Das ist... Macht mich... Schwach! Euer sich, äh... Nochmal... Scheiße! Ich brauch Deckung! Meinst du, ich tue mich umsonst, Junge? Wichse! Ah! Zählt nicht! Ach! Kneipenschlägerei! Genau das wollte ich die ganze Zeit schaffen! Deswegen hab ich die immer mit Flaschen beschmissen, bevor ich die erstechen wollte! So, du Wichse! Komm! Ich weiß jetzt, wo du stehst! Hä? Da ist er! Druck das Köpf hier, mein Freund! Mieser kleiner Bastard! Oh! Sie hat auch noch was für mich? Oh! Was gibt's denn hier? Oh, jetzt juckt das andere Ohr! Bei Aufnahmen muss alles anfangen zu jucken! Es geht nicht, dass irgendwie mal alles glatt läuft! Nein! Hast du nicht gehört? Hast du nicht gehört? So nicht, du kleiner Wichse! So nicht, du kleiner Wichse! Weniger! Wie ist das denn? Wichse! Wie ist das denn? Miese! Drecksau! Bitteschön! Hier! Friss das, Alter! Kenne! Hm, ich bin eine Bombe. Ich dachte schon, ich wäre kackt wieder. Oh, was haben wir da? Diese große tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber, gut, das Spiel gibt mir das, also. Ach, hier bin ich jetzt. Oh, guck mal da. Du kleine Nutte. Fühlt sich groß, wa? Tja, ist nichts. So, hier komme ich ja gar nicht weiter. So, dann wollen wir mal zurückgehen, das Stück. Ich frage mich, warum der heute so ein bisschen ruckelt. Aber es ist noch angenehm. Ja, juckt ihn gar nicht. Du Wichse, Alter. Weißt du was? Komm her, du kleine Pisse. Hier werde ich zeigen, wo der Hammer hängt. Na, komm. So, friss das. Ja, genau. Ja, der hält bitte. Ja, ist richtig. Du kleine, miese. Hoppfe, alter. Klar, hält einfach mal so ein Explosionspfeil aus. Warum auch nicht. Juckt ihn gar nicht. Nö. Knapp. Ah, guck mal, er ist schlau. Er war schlau. Kleiner, mieser Bastard. Ach, guck mal, was da noch liegt. So, mein Freund, dir zeige ich es jetzt. Ach so, wir stehen hier vor mir auf. Ja, jetzt lauf auch noch, du hässliche Hackfresse. Wichse. Wichse. Mieses Fickteil. Ihr kostet mich genug Munition. Oh, jetzt bin ich wieder tot. Das kann doch nicht wahr sein. So eine Scheiße. Da wieder, alter, nochmal alles. Ich. Oh. Nicht ganz alles. Das ist so klar. Dann kommt man souverän durch und verkackt bei der Bombe. Warum auch nicht. Fick dich. Penne. Naja, dann laufen wir jetzt nochmal nach unten. Entschärfen nochmal die ganzen Drähte. Alter, ich krieg ne Krise damit echt. Ganz ehrlich. Das ist doch... Ach so, er kommt ja auch wieder. Dieser kleine Hurensohn. Hier, frisst... Tret dir in einen hässlichen, verkackten Scheiß, Drecks, Schlampenarsch. Hier, komm da, damit du besser schläfst. Ganz ehrlich, Alter. Das hab ich gern gemacht. Das war mal die eine Patrone wert. Äh, Mama? 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 Was? Alter, ich war da noch gar nicht da dran. Dieses miese Fickgame. Ganz ruhig. Oh, ich hab ne Spritze. Oh, Fick dich. Nicht mit mir, Junge. Jetzt geht's wieder da runter. Ich glaub das nicht. Ich krieg ne Krise mit den ganzen Scheiß-Gegnen und Fallen und... Ach, er ist auch wieder da. Ja, komm hier. Noch einer. Komm hier. Kleine, hässliche, verfickte. Ja, genau. Juckt ihn gar nicht. Ihr steht einfach wieder auf, du Nutte. Geh ihm deine Axt, Alter. So, runter. Alter. Wie nah man da nicht rangehen darf, ey. Das ist doch... Ich berühre das Seil nicht mehr und es explodiert. Das ist doch total unlogisch. Aber naja. Ist halt ein Game. Ziemlich mieses Game. Ey, du Wichse. Hier. Alter, ich hab ein Streichholz... Alter, das kann nicht sein. Miese Ficke. Juckt dich gar nicht, wa? Wichse. Alter. Fall. Und brenn. Kleine Pisse. Bäh, 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 bäh. So. Ich kann drauf wetten, wenn ich hier das Ding einsetze. Geht die Tür auf? Wer nicht? Ich dachte, da kommt jetzt was übelst fettes oder so. Jetzt hören wir gleich wieder die Kettensäge. Wim, 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 wim. Ich komme, Mami. Lass mich da raus. Lass mich da raus. Lass mich da. Ich bin frei. Ich bin frei. Alte. Okay. Das sieht ja richtig geil aus. Untertitelung des ZDF, 2020